Ich find's grad bloß wirklich irgendwie witzig, dass wir einfach mal vier Skins haben. Wir haben auch vier Skins, hallo? Wo haben wir vier Skins? Wir haben drei paar Brüste, mehr nicht. Ja, schon. Drei paar? Du hast den Twitch-Sendie vergessen. Achso, ne? Was war das? Die sind die beharten Kuh heute. Ich hab auf der Nase die Nase, also ich weiß auch nicht. Stell's mal vor, dieser Kerl ist einfach weiblich. Welcher Kerl Twitch? Das ist mal wahr. Welcher Kerl? Ist die Nase eigentlich nur so draufgeklebt, oder wie so? Ich weiß nicht, hängt sie schief drauf? Vom Twitch, ich weiß auch nicht, was das soll. Moment, ist Twitch jetzt eher zerfeiblich? Bitte nicht. Nein, ich glaub nicht. Da ist er nur weiblich. Das, was? Geht nicht auf. Die Forme funktioniert nicht. Die Titten von der Magana gleicht eigentlich das ganze Titten-Team vom Gegner aus. Werte, werte. Oh ja, ja. Mach ich mal in die Mutter. Irgendwie stimmt was mit der Auflesung nicht mehr. Jetzt kannst du's nochmal machen. Ja. Das ist auf 1900, hä? Hä? Toll. Wie der Kinder Rapper jetzt für drüben steht. Ja, der hat alles geguckt mit Rain und Alter. Was über dir nicht hat. Also nur mit Rain. Er besteht irgendwelche Runen-Seiten, die wir haben. Das sieht so ugly aus. Du siehst auch ugly aus. Ihr seid ugly. Ugly, 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 ugly. Oberfläche. Größe skalieren. Ich bin schon unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich habe hier ein super- du hey, ich bin unterwegs. Il muss noch nicht? Nein. Ich habe mich gekopp disappointed. Toll kann ich dir sehen ja ja da sag ich einfach Que Rue Rue We Ideas Beginך schonmal toll Kaiser Numero Uno I will be Pat you In an echt name Que Kaiser Numero Uno Sol почему der wurde in das Spiel Durchnehmen! Durchnehmen! Im Durchnehmen! Ja! Du bist für das Team gestorben. Ich bin für das Team gestorben. Ist das hier Garen oder was? Ja. Ja. Irgend so was in der Art. Oh Gott! Meiner! Nein! Das war Meiner! Ich hab den ganzen Damage gemacht, weiß aber nicht! Äh, nein, was? Ja, schon. Ja, schon. Aber Ömer, das funktioniert doch nicht! Nein, das geht nicht! Wartet auf mich! Hier, wie kommen Sie an ihn? Wo wären wir denn dann? Der wohl am laufendesten Scheid hat man verdient. Das wissen wir doch. Wie machen wir es doch immer? Was sind die ganzen Sachen, wenn du uns so süß gelernt? Sei ja wahr, Alter. Was lernst du überhaupt in der Schule oder immer, Mann? Nichts! Wir spielen neue Weißbilder! Seid doch guter! Na Gott, ich rede in den Busch. Danke, danke, Hörgen, danke! Danke! Hörger, hörger, hörger! Hörger, 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 hörger! Was, Horde? Ja, Horde. Ich mein, ich würde dir etwas unternehmen und so, aber... Ja, ist cool! Gar kein Bock! Hol jetzt deine Leute! Ha! Soda Palaka! Lele... No, Mann! Aaaaaah! Oh, oh! Was? Ja... Da ist er sicher gewesen. Nur Gott alleine hätte ich gewusst, ob ich dann gekriegt hätte. Ich bin krass. Ich hätte sie hinbekommen. Ich war es auch mal, letzten Samstag. Wisst ihr noch? Ja, Mann. Es war echt verrückte Sprache. Mach's nett! Okay, blanch, du mach's nett, Alter. Bist dumm, oder was? Wer hat dauernd nur draufgearbeitet. Wieso ist bei uns eigentlich kein Leben da? Ah, Sandpick. Nein, ich bin da. Da kann jetzt keiner direkt was dafür, aber... Also, bitte. Immer. Also, bitte. Das ist aber nicht der ganze Schaden. Sie weiß doch, wie's funktioniert. Okay. Das ist klar. Ja, ich hab ihn noch gebrochen, aber da darfst du trotzdem drinnen. Weil, f*** dich. Ich komm einfach nicht dazu, meinen scheiß Eisball zu werfen, Mann. Oh, Mann. Los. Oh, ja, boah. Jacky. Scher, Triple Mippekel oder sowas. Nippekelkicken kann's auch sein. Das war wohl. Ich komm einfach nicht dazu, meinen scheiß Eisball zu werfen, Mann. Was los? Ja, mach das, wenn jemand kommt. Also, drinnen wir da in den Busch und so. Drinnen da, Mare, bitte. Ich, 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 ich. Ich, 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 hey. Hey. Meine Fresse, lass mir doch mal einen Basalen zum Fressen nehmen. Mach doch mal was cooles, Alex. Hallo. Weißer, Numero Uno. Hué, 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 hué. Was laverst du, Alter? Was laverst du? Hast du die Videos nicht reingeschaut? Ja. Also. Ich wurde ge... ignited. Ja, ich bin tot. Ich wurde einfach angezettet. Ja. Gut so. Und wir müssen, ja, genau. Oh. Wo haben sie sich wohl versteckt? Wir werden nie erfahren. Was? Nie werden wir's erfahren. Nie. Nie, Alter. Musst du es auch. Ja. Lass dir einen erwischt. Oh, hab ich 27 gleichzeitig erwischt? Nein. Ich hab irgendwie Grafikfehler. Ich hab so viele Ecke bei den Skills. Wenn jemand Skill macht, hab ich irgendwie so'n 4-Eck da. Normal. Ich hab das Geld. Ja, stimmt. Ist einfach... War jetzt einfach komplett so richtig knallgelb. Ich bin für den Zweck gestorben. Du Schilbär! Er will mich. Hallo. Ihr wurdet getötet? Ja. Nee. Ernsthaft. Wär ich ja nie draufgekommen. Oh mein Gott, Alter. Hättet ihr den nicht früher killen können? Ich krieg nie mal Assists für den, na? Nein, warum sollst du denn? Oh. Er hat angegriffen, Hunzo. Oh, ich weiß genau, wo sie sind. Okay. Was ist der Arsch, Ju? Was laberst du, Alter? Narsch. Beste Arsch, Ju? Er ist ein Arsch, Alter. Ich laberst gut den Penner verkacke. Ich kacke. Leg mir einfach den Handy an den Kopf ran, LOL. LOL. Natürlich. Wen triffst du? Ja, zünd halt die Ult hier nicht, du hässlicher! Ohr und so Weißt du, steh ich da, will die Ulti zünden und dann zündet er die nicht durch Der Wichser kommt immer auf mich Ja natürlich, weil du der Behindertste bist von allen Und der Süßeste Du machst am meisten Schaden, das ist halt so Das ist ich nicht so Du weißt echt nicht, den zu büßen oder so Wir haben nur so Fleischhaut und Andy Und Soraka Und Andy Soraka ist schon sichtnervlich Die heilen kann man Das ist mir Wer hat dir den Arsch gerettet? Aber die ist auch zu meinen geschissen Was bringt man festhalten überhaupt Wenn die sich in den Skils einfach draußen übereinziehen können Das war ehrlich Ja von Bauer will den kill Ich wollte überhaupt nicht Ich hätte ihn genommen Alex, schön Ja, weil es auch du es brauchst Guck mal rein, rein D-Man PUSCHEN 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 Gott, Entschuldigung, ich darf ja wohl bitten Guck mal rein Ja 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 Honig und er würde es nicht machen so ist es nicht so dass sie über euch herumfallen ich bin jetzt cool, ich bin jetzt auch noch im Club der coolen mit dabei ich hab grad die Grafik rumgestellt auf 420d ach und jetzt ist Ulti ready oder was, ach f***dich warum wo es wirklich wichtig wäre, war sie es nicht, ey, das ist ja so, scheiße wann jetzt los, alter? du bist gestorben, hast du, sind wir alle gestorben die haben nicht aufgehört zu kommen, alter, sind gekommen, 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 alter ah, mein Buckel was, was hast du, Buckel, hä? der Rücken oh, nein hä? ich hab's versucht, ich hab's versucht gut gemacht, Alex, du hast die ganze Aufmerksamkeit für dich ha, 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 ha super Karabäer sag ich Gott immer Doppelkill was? ja ok, ich hab's Arsch, Alter, bist dummer dann was, du Arsch halt drinnen da mehr guck mal jetzt, alter, was los mit ihm? und dann krieg ich nicht mal nen scheiß Kill oder was? Jetzt hab ich Ägide der Legion schon abgegradet und vergesse es zu benutzen. Gut gemacht. Ja, ich weiß. Hätte mir wahrscheinlich bloß meinen Arsch gerettet, mein Haar, den pelsigen großen Arsch. Ich bin ja der einzige Arsch. Hallo, hier bin ich. Hier ist ich. Hier. Guckuck! Das ist der Lerken. Ja, komm. Zwei von ihm könnt ihr nicht. Jawoll. Jürgen, du bist unser Mann. Unsere Frau aus dem Ghetto. Ja, komm. Ach komm, Alter. Was werde ich jetzt von zu Hause angerufen, Mann? Alle, ich hab runter. Nee. Soll die was sein von mir? Verschwindet. Ist meine Familie irgendwie behindert oder so? Ja, kann man, kann man so sagen. Ja. Ruf mich vom Haustelfon an. Nein! Ich hab mich zu fragen, ob ich Tee trinken will. War die Oldie geil? Äh, mein, mein, mein nicht. Wo? Oh? From Boll, hast du verdiebt? Hm? Hast du verdiebt? Ja. Mir wurde der vorhin auch geklaut. Nein, er wurde er nicht. Jetzt willst du wissen Das willst du nicht sagen Quä, 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 quä Schießen, Jack Natürlich, Alter, der dived einfach hin Jetzt hab ich wieder nichts Ich hab dir den Kill geklaut Ich bekam ja für alle erstes Ich hab noch nie irgendwie ansatzweise überhaupt so was mit der Sona Äh, Morgana Was, was, was? Jetzt einfach niederrushen Oh, drinnen mehr Einfach nur hoch Einfach nur hoch Tauer einfach weg Jawoll Jawoll Ihr seid unsere Ja Männige Wutscher wieder Los Mit der Sona Ich brauche Wurde Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich bin echt gut. Ich bin echt gut. Ich habe keine Mana. Wir wurden ziemlich durchgenommen, da drin kamen wir auch. Jetzt haben die mir gegen mich, dass sie mich als erstes durchnehmen müssen. Weißt du, du bist halt immer Schädler. Achso, und du und der Jüngle Netz. Ich wurde auch mit dir durchgenommen. Jeder von uns wurde durchgenommen. Das ist nach mir. Ich war auch in der Ulti von Jarwin drin. Jetzt willst du mich verarschen und zünde doch deine behinderte Ulti, wenn ich sage. Das ist doch echt unfassbar. Zünde doch diese scheiß Ulti, wenn man sagt, zünde sie. Ich glaube, der hätte ich nicht. Ja, deswegen klopfe ich auch auf diese Taste drauf, als ob mein Leben davon abhängen würde. Das ist dein Ernst. Das ist dein Ernst. Dreifach, Töter. Dreck mich doch, Alter. Das ist... Ich weiß ja nicht. Das ist doch nur noch erwischt. Wetter, Alter. Wetter. Ja, wo ist der 5 Film? Ja, irgendwo hinten. Ja, aber der ist, Alter. Ich weiß nicht, dass ich mich hier irgendwo... Oh, boah, da hast du einen Hightings. Jetzt gibt ihn noch. Jetzt ist auch klar. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hi. Einfach durchgeschossen Die Arsch durchgenommen Ja, schlitten Hilfe! Ja, ich bin tot Ich auch Haben wir jetzt was gemeinsam? Ja Nein, haben wir nicht Du bist behindert, ich nicht Aber du hast ja gesagt Aber du hast gesagt, du brauchst mich heute nicht mehr Brauch ich auch nicht Tust du, Mann, tust du Willst du mich verarschen? Ist sie behindert oder so? Das war's mit dir, Famba Das war echt ein bisschen schmuck Das war echt dein dafür gehör Ja, meinst du, dass du mir das vor Weiter vorne genommen hast Da habe ich jetzt gerade Da habe ich nicht hingeschaut Da hat sie es nehmen können Aber das ist ja Hier ein Flasch oder was er da benutzt hat Was soll denn dieser Scheiß, Alter? Sieht auch beefe Die waren alle beef Beefy Leona wird wahrscheinlich wieder auf dich gehen oder immer? Äh, passt schon ein bisschen auf. Du brauchst, kann er jetzt auf einmal zwei mit so verdackern? Er kann jeden machen, der den Rücken zu ihm hat. Ach soooo. Ja. Das ist ja so ne Scheiß-Gehör, Alter. Mhm. Perfekt zum Verfolgen. Der Javan, der regt mich auf. Dir geht Rinder mehr auf. Ja, der auch. Ich lieg so an, aber... Die haben mich. Ey, Rinder mehr. Das ist ja noch ein Kumpfer. Guck mal, ist meine Uli kein Schaden gemacht, bitte. 350 HP, was waren die noch? Daaaah, Mann. Daaaah, Mann. Daaaah, Mann. Ne? Nein? Lass mich. Oh mein Gott. Das ist dein Ernst. Oh, ne ey. Durch diesen Behinderten, konnte ich da mal auch nicht sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fühl mich irgendwie gepentert, Alter. Ich fühl mich irgendwie gepentert. Was soll ich jetzt machen? Du hast Sex. Auf der Schule. Ich fühl mich gepentert. Ich fühl mich einfach dreckig. Wenn ich jetzt immer noch einen Schaden mache, ne? Nullte aktiviert, um sie zu pumpen. Ausfahrenbar. Alex, let's go. Ich muss noch ein Level sein, sonst pushen die. Alter. Alter. Alter, ey. Komm schon. Du musst mich verarschen. Ja, geil. Ich nehme sieben FPS auf. Oha, Alter. Was soll ich da machen? War nicht mehr witzig, sowas. Ne. Ich hab mein Ulti ins Gesicht. Komm nicht mehr raus. Wann werde ich mich nicht mehr durchgenommen. So lange sie machen mir herange, macht mir echt keinen Spaß mehr. Macht mir auch keinen Spaß mehr. Ja. Ja, halt. Ich zünd' die Ulti. Und dann bekommen sie selbst wenn's abgeliefert. Und dann wirklich genug Schaden. Kann doch auch in der Hand oder andere. Ja, halt. Ja, halt. Fühl mal rein, gut nachfragen. Puffer vom Haustelefon an. Aber auf dein Handy, oder? Ja. Aber trotzdem, Mann. Wie faul kann man sein? Ich dachte, ich war faul. Wie sowas. Ich dachte, ich wär faul. Du bist auf Geheer, ja. Ich hab's jetzt sehr viel getan. Doch, setzt keine Skills ein. Good job. Danke. War der schon mal weg? Hm. Was drin an mir. Ich weiß nicht, Alter. Ich mach keinen Damage bei denen. Keiner macht Damage bei denen. Ich sollte eigentlich an demnächst noch... Ich sollte eigentlich an demnächst noch... Bist du rackelt der da? Nee, warum heim die nicht? Du bist ja ganz normaler, wie... Ich hab mein Bestes getan. Good job, good job. Heiß Ball. Biss ein Vasaal. Wenn der immer Mann da ist, dann klaut ich mir wieder die ganzen Skills, oder was? Haaah. Regal, Alter, weg. Mir ist die Scheiße. Boah, haut diese Türme weg, Alter, ey. Ja, boah, nee. Kassi mit dem Boot noch 90. Wir müssen dann gleich wieder Leona holen die aufpassen. Das schafft ihr. Siehste. Ich bin dabei auch. Einfach weiter draufkloppen. Boah, Mann. Ihr müsst den Allshot acquinnen, um den Allshot benutzen zu dürfen. Hm. Leck mich bei uns. Gut, da schreibe ich kein GG. Alter, halt's den Maul. Die Runden machen so wirklich fast keinen Spaß mehr. Vielen Dank.